So jetzt kommen wir dazu einen Beitrag zu zitieren. Das ist auch wieder ein wenig anders als bei euch, was früher war im alten Forum. Du möchtest einen Teil von irgendjemandem zitieren, wie hier sieht man ja. Du gehst hierher, markierst diesen Teil, dann kommt dieses kleine Zitieren drauf und schon ist es unten drin. Mehr brauchst du nichts machen. Dann schreibst du dein Ding dazu, deinen Text und Antwort erstellen. Das war's schon.